Hallo und willkommen zu einer neuen Coin-Analyse, dieses Mal mit Radium-Token, das ihr entsprechend gevotet habt. Natürlich nach dem Wachstum von Solana in den letzten Wochen ist auch Radium entsprechend spannend geworden, deshalb schauen wir uns das Ganze im Detail an. Was kann es, was kann es nicht, Chancen, Risiken etc. Wer noch mehr solche Coin-Analysen sehen möchte, ihr habt in der Beschreibung den Link zu der Mitgliedschaft, bluealpine-research.com. Da könnt ihr euch anmelden und kriegt dann eine weitere Coin-Analyse jede Woche. Wer zum Thema DeFi noch keine Ahnung hat und es gibt in dieser Analyse doch ein paar Begriffe zum Thema, die man verstehen sollte, bevor man da entsprechend loslegt oder sogar investiert, der kann sich den DeFi-Kurs unten auch in der Beschreibung entsprechend anschauen. Nun aber viel Spass mit der Analyse. So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Coin-Analyse heute mit einem DeFi-Coin und zwar schauen wir uns Radium genauer an. Ihr habt ja gevotet. Ich habe das Ganze bereits eingetragen. Hier, Coin-Token ist Radium, das Kürzel ist R-A-Y. Das Datum heute ist der 15. September in der Kategorie DeFi. Und natürlich können wir hier wieder das Gesamtrating nehmen. Und übrigens Leute, ich hatte ja letzte Woche die NFT-Analyse gemacht, deshalb gab es ja auch keine Analyse. Ich habe das aber vollständigkeitshalber einfach mal nachgeführt, sodass ihr hier seht, ah, das war die NFT-Analyse. Fangen wir heute aber an, wie gesagt, mit Radium. Um was geht es? Es ist, kurz gesagt, etwa das Uniswap auf Solana. Es steht hier Avenue for the Evolution of DeFi, Lightspeed Swaps, Next Level Liquidity und Frictionless Yield. Etwa 1,8 Milliarden sind gelockt, TVL. Es ist kein kleines Projekt, deshalb kennen es sicher einige von euch. Und ich glaube, der Fakt, dass der Solana-Preis in die Höhe geschält ist in den letzten Wochen, trotz Korrektur jetzt wegen gestern, hat sicher dazu geführt, dass einige von euch sich Radium genauer angeschaut haben. Wir fangen jetzt aber an mit dem Team, wie immer. Und da fängt es eigentlich auch schon an, wenn ich hier auf die radium.info oder io.info-Seite gehe, dann kann ich hier runterscrollen und sehe hier das Team. Wir haben hier fünf Leute, alle mit einem Ray im Namen. Allerdings sehen wir hier nicht effektiv, wie diese Personen heissen, wer da effektiv dahinter steckt. Wir sehen einfach so ein bisschen die Hintergründe. Wir müssen das jetzt einfach glauben, im Sinne von, dass das richtig ist. Diese Leute, beziehungsweise hier AlphaRay, haben wir Hintergrund in algorithmisches Trading in Commodities. Hat sich dann in Richtung Krypto in 2017 entwickelt und ist in der DeFi-Welt seit 2020. Dann haben wir XRay, Radium's Chief of Technology, also CTO und der Entwicklungschef. Acht Jahre Erfahrung als Trader und bei Load Latency Systems. Und er ist eigentlich auch für die gesamten Systeme und die Infrastruktur zuständig. Dann haben wir GammaRay, Marketing and Communication. Und kümmert sich auch um die Strategie und Produkt. Vorher war er in der technischen Analyse tätig und Discretionary Trading. Also auch hier Trading Hintergrund, Trading Hintergrund und Trading Hintergrund. Dann haben wir Stingray, Developer with an eye for detail innovative solutions. Auch hier ganz interessant, hier der Hintergrund eher im autonomen Fahren, also autonome Autos quasi, die er entsprechend gebaut hat. Und hat sich dann aber später in Richtung Trading sowie auch Entwicklung fokussiert. Dann haben wir noch Razer und erste Bitcoin 2012, erste Ethereum 2015 gemeint. Erste Sushi dann seit dem ersten Tag. Kennt sich also mit Smart Contracts auch entsprechend aus. Und er kümmert sich eigentlich, also das ist auch noch interessant, er ist ein White Hat Hacker. Das bedeutet, er ist ein Gutmütiger, der sich um die Systeme, um die Stabilität der Systeme und vor allem auch eben um die Sicherheit der Systeme entsprechend kümmert. Ich habe auch noch gesucht, also die Teams, sind die irgendwie bekannt, kennt man die etc. Und hier gibt es zwei Reddit Posts und hier steht zum Beispiel vor sechs Monaten, nur das Solana und Alameda Team kennt sie. Das heisst, man kennt sie effektiv nicht. Auch hier gibt es einen Post und hier steht einfach, es gibt ein Interview mit AlphaRay und dem Gründer von Solana. Aber man weiss nicht wirklich, wer da dahinter steht. Man sagt einfach, sie seien gute Leute, sie seien bekannte Leute oder zumindest eben bekannt den Solana und den Alameda Leuten. Ist natürlich extrem schwierig, Leute. Also wie bewerten wir ein anonymes Team, das sich einfach selber, ich sage mal, einen Lebenslauf geschrieben hat. Wir haben kein Lebenslauf, kein Profil auf GitHub oder LinkedIn oder irgendwo. Trotz allem muss ich sagen, also der Fakt, dass es fast alles Trader sind, die auch technischen Hintergrund haben und der Fakt, dass sie einen Whitehead-Hacker angestellt haben, ist für mich ein sehr positives Zeichen. Ich würde jetzt hier mal eine 7,75 geben für das Team und wir können gleich weiterspringen. Bei den Berater und Investoren, da ist eigentlich auch aus dem Team herausgesprungen, nämlich Solana und Alameda. Wenn ich jetzt hier bei der Radium-Seite nach unten gehe, dann sehe ich hier Partner Solana und Serum. Jetzt, was ich weiss, ist, dass hinter Radium eben wie gesagt Solana und Alameda steht. Alameda sind auch gleichzeitig die Gründer von der FTX-Börse und waren auch fundamental daran beteiligt, Solana mit zu gründen, mit zu finanzieren. Für mich ein sehr, sehr starkes Berat- und Investorenteam. Also alles, was Alameda grundsätzlich anfasst und entsprechend umsetzt, ist sehr, sehr solide. Ich bin ein grosser Fan von Alameda und deren Produkte. Von daher würde ich hier eine 8,5 geben, vielleicht sogar eine 9. Der Grund, wieso ich nicht höher gehe, ist eigentlich einfach, ich hätte mir noch ein paar mehr Berater und Investoren gewünscht. Also ich weiss, ja, Solana und Alameda, die sind solide. Das Ding ist halt einfach, wenn man solche Projekte aufbaut, dann muss man wirklich auf Partnerschaften von allen Seiten entsprechend setzen können. Und das ist jetzt hier nicht der Fall, deshalb nur in Anführungsstrichen eine 8,5. Wir kommen zum Produkt und zur Technologie, eigentlich so ein bisschen zum Hauptteil. Und mit dieser Seite ist es eigentlich relativ schnell auch erklärt. Denn was Radium so speziell macht, wir können auch hier eigentlich auf die Dokumentationsseite gehen, ist der Fakt, dass Radium eigentlich ein sogenannter AMM ist, also ein Automated Market Maker. Übrigens, Leute, wer bei diesen Begriffen keine Ahnung hat, um was es geht, dezentralisierte Börse, Automated Market Maker etc., ich habe hier einen Kurs zum Thema DeFi, bei welchem ich diese Begriffe auch entsprechend erläutere und erkläre. Den könnt ihr hier unter bluealpineresearch.com slash Kurse anschauen und würdet dann auch entsprechend verstehen, was ein AMM ist. Jetzt, Radium ist ein AMM, aber es ist nicht nur ein AMM, sondern es ist auch, beziehungsweise Serum ist da auch bereits integriert. Jetzt, Serum ist eine dezentralisierte Börse, beziehungsweise Serum ist die Technologie für die dezentralisierte Börse. Und das Spezielle daran ist eben, dass Radium nicht nur als AMM sich den Liquiditätspools bedient, sondern auch dem sogenannten Order Book. Und das sehen wir hier auch effektiv, wenn wir hier zum Beispiel auf diese Seite gehen. Also hier sehen wir zum Beispiel ein Order Book, das kennen wir auch von den zentralisierten Börsen. Das heisst, ich könnte jetzt hier entweder kaufen oder verkaufen mit Ray und USDT. Müsste natürlich hier das Wallet verbinden. Im Vergleich dazu steht der Swap, der klassische Swap, den wir auch von Uniswap kennen. Das heisst, ich kann jetzt hier USDT zum Beispiel eingeben und könnte jetzt hier Ray zu USDT swappen. Der Unterschied ist hier, dass ich mich hier bei diesem Swap entsprechend von einem Liquiditätspool bedienen lasse und hier eben durch das Order Book. Das Order Book wird, wie gesagt, durch Serum zur Verfügung gestellt und die Liquiditätspools hingegen, die werden durch die Pools zur Verfügung gestellt. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen das Kernstück, denn wir können hier auch schauen, ich kann hier Liquidität hinzufügen, das heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel Ray oder USDT nicht tauschen möchte, sondern ich sage, ich habe schon beides oder ich habe bereits beides getauscht, dann kann ich hier Liquidität zur Verfügung stellen, wie immer 50-50. Das heisst, ich kann hier Ray, beziehungsweise ich kann hier mal entsprechend Ray eingeben. Das heisst, für ein Ray müsste ich 13,7 USDT an Liquidität haben, um dann hier das Ganze zu verbinden und Liquidität zur Verfügung zu stellen. Ich kriege dann natürlich Geld dafür, das heisst, für die Liquidität, die ich in diesem Pool gebe, kriege ich einen Teil der Tradinggebühren. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auf Pools gehen und auch das kennen viele von euch, wie gesagt, von der Uniswap-Analyse oder aus der DeFi-Welt. Ich habe jetzt hier die Gebühren, ich habe das Volumen und ich habe die Liquidität. Was wir hier sehen können, ist, dass die Liquidität hier bei Solana und USDT eigentlich am höchsten ist, also 266 Millionen an Liquidität, also ein US-Dollar an Liquidität. 6,2 Millionen wurden hier an Handelsvolumen getradet in den letzten 24 Stunden und in den letzten sieben Tagen fast eine Milliarde US-Dollar an Volumen. Die Fees, also die Gebühren, die generiert wurden, da sehen wir, es sind 15.591 US-Dollar in den letzten 24 Stunden und das kommt dann etwa auf diese 2,14% an Gebühren, die man effektiv quasi zahlt oder einnehmen kann. Das heisst, ich kann hier auch nach den Gebühren sortieren und das ist gleichzeitig auch der Pool, der am meisten Gebühren kassiert, nämlich eben diese 15.000. Das heisst, wenn ich meine Liquidität in Form von Solana und USDT in diesen Liquiditätspool reingebe, kriege ich einen Teil dieser Swap-Gebühren, also diese Gebühren, die bei einem Tausch entsprechend fällig werden. Ich habe ja auch die Möglichkeit, das Ganze zu farmen. Ich kriege ja Liquiditätspool-Tokens. Auch das, wie gesagt, ein Konzept, das ich im Kurs entsprechend euch erkläre. Ich kriege diese LP-Tokens und diese Tokens kann ich dann entsprechend hier in die Farm geben und in der Farm würde ich dann entsprechend auch Geld verdienen. Jetzt etwas, was noch wichtig und interessant ist, es gibt unterschiedliche Farmen. Es gibt Radium-Farmen und es gibt Fusions-Farmen. Bei den Fusions-Farmen, das finde ich fast das Speziellere, kriegt man unter Umständen einen Dual-Yield. Also man kriegt Yield von beiden Plattformen. Das heisst, wenn ich zum Beispiel Polis oder Atlas habe und die, die die Star-Atlas-Analyse von vor ein paar Wochen gesehen haben, die wissen, von was ich spreche. Hier habe ich also die Möglichkeit, zum Beispiel Polis und Ray in den Liquiditätspool-Token zu geben und würde dann Rewards, also Einnahmen, nicht nur in Form von Radium-Tokens bekommen, sondern auch in Form von Polis-Tokens. Total sind das 135% im Jahr, aber nicht Zinseszins, sondern einfach nicht akkumulierter Zins. Das heisst, ich kann dann jedes Mal, wenn ich claime, also quasi die Gebühren oder die Tokens rausnehme, müsste ich sie wieder reingeben, um zum APY zu kommen. Hier volumenmässig etwa 42 Millionen im TVL. Also auch das ein ziemlich hoher Betrag bereits, das in diesen Pool steckt. Und wie gesagt, ich habe hier auch die Radium-Pools. Das heisst, hier sind die klassischen Radium-Paare für Serum, ETH, USDC, Solana und USDT. Und da kriege ich in Anführungsstrichen eben nur die Radium-Tokens. Bei den Fusionen kann es eben auch die Situation geben, dass ich auch andere Tokens erhalte, zum Beispiel hier Grape und USDC. Und hier würde ich dann entsprechend diese Grape-Tokens erhalten. Oder hier beim Polis-USDC würde ich entsprechend Polis-Tokens erhalten. Das heisst, ich würde dann nicht den Ray-Token erhalten, wobei das eben entsprechend spannend sein könnte. Vor allem, wie gesagt, nochmal für die Leute, die entweder beim IEO mitgemacht haben oder nun Polis- oder Atlas-Tokens gekauft haben. Ihr könnt die hier für Ray- und Polis-Einnahmen gleichzeitig verwenden. Man kann auch die Radium-Tokens, die man verdient hat oder gekauft hat, staken. Da kriegt man etwa 29%. Auch das ein ziemlich satter Betrag, wenn man davon ausgeht, dass jetzt Radium mehr oder weniger mit Solana Hand in Hand eigentlich auch ein bisschen gestiegen ist. Könnte man hier sagen, okay, die 30%, die nehme ich gerne mit. Ich habe hier kein Risiko vom Impermanent Lost und kann das einfach staken. Bereits 12,8 Millionen sind im Liquiditätspool. Dann gibt es den Accelerator. Und das ist eine Art Launchpad. Ein Launchpad ist eine Plattform, bei welcher neue Projekte ihre Tokens verteilen können. Das heisst, man generiert quasi ein bisschen Hype um das Token. Man sagt, ja, ihr habt hier die Möglichkeit, entweder nach Lotterie-Konzept oder nach dem Konzept, dass man sich einkaufen kann für einen bestimmten Preis, kann man hier diese Tokens bekommen. Auch hier wieder das Beispiel mit Polis und Atlas beziehungsweise auch Solarize Finance, das ich auch vor ein paar Monaten mal analysiert hatte. Und zwar hat man hier die Möglichkeit und man sieht hier, es ist nach dem Lotterie-Prinzip. Das heisst, man kann sich hier wie bewerben und würde dann unter Umständen entweder Atlas oder Polis Tokens für diesen Preis bekommen. Und die Leute, die den Preis ein bisschen verfolgt haben, das natürlich um das vielfache tiefer als der Preisstand heute ist. Wir sehen hier die Race Size, also wie viele Tokens wurden effektiv oder werden effektiv eingesammelt und wie viel wurde gefüllt. Also etwa die 3.437% bereits. Also da haben mehr Leute mitgemacht als effektiv in der Lotterie vorhanden ist. Der Status ist jetzt auch beendet. Das heisst, normalerweise, wenn wir einen IEO zum Beispiel auf FTX sehen, kommt es sehr oft vor, dass dieses Accelerator ein paar Wochen später dann den gleichen Token hier auch listet. Das heisst, ihr habt dann wie zweimal die Möglichkeit, nicht nur beim IEO mitzumachen, sondern auch hier entsprechend bei den Radeon Pools entsprechend mitzuhelfen. Dann haben wir hier diesen Migrate-Tab. Da ist jetzt nicht viel Technisches vorhanden. Wenn man jetzt in der alten Version drin war, dann müsste man hier entsprechend migrieren. Das ist für die meisten, ich sage mal, nicht so spannend oder nicht so wichtig. Das heisst, die meisten von euch werden sich auf diesen Tabs hier entsprechend bewegen. Was sagt das uns zum Produkt oder zur Technologie? Ich finde, also das Produkt, ich habe es selber auch genutzt, mehrmals schon. Ich finde die Swap-Möglichkeit sehr, sehr gut. Ich finde auch die Trading-Funktion funktioniert sehr gut. Ich sage mal so, für jemanden, der noch nie Serum benutzt hat und sich mit dezentralisierten Börsen nicht gut auskennt, kann es zum Teil noch ein bisschen kompliziert sein. Aber für all die Leute, die sie ein bisschen auskennen, ist das eigentlich eine einfache Sache, sage ich mal. Von daher für das Produkt, beziehungsweise die Technologie von mir eine 8,25. Wir kommen zum Thema Tokenomics. Auch das eine spannende Sache, war ja ehemals die Roadmap. Und wenn ich hier so ein bisschen schaue, wir haben hier 555 Millionen Radium-Tokens als Hardcap. Dann haben wir die totalen Radium-Mining-Reserve, sind 34% aller Tokens, also etwa 188,7 Millionen Ray. Dann haben wir die Emissionen will last for approximately 36 months with halvenings occurring every six months. Und dann emissions at launch are approximately 1% per month. This will increase as the number of users and LPs grows, then slowly decline according to the emissions schedule. Das bedeutet, am Anfang haben wir eben diesen 36-monatigen Prozess, bei welchem diese Tokens rausgegeben werden, eben für das Beisteuern von Liquidität. Das heisst, dadurch, dass man Liquidität in den Markt gibt, kriegt man auch etwas. Und das sind unter anderem eben diese Ray-Tokens. Dann haben wir hier bei der Supply auch, Initial Circulating Supply ist 2%. Etwa, also initial sind es 11 Millionen oder eben 2%. Und hier haben wir noch die 1% Tokens are being used for Radium Liquidity Pools. Wir können übrigens auch auf CoinMarketCap hier kurz schauen und das Ganze hier kurz eingeben. Und dann sehen wir auch, wie die Tokensituation jetzt aussieht. Wie gesagt, hier die Zahl wird ein bisschen anders sein. Wir haben hier ein Max- und ein Total Supply von 555 Millionen. Und hier sind es momentan die 69 Millionen. Ansonsten, was wir hier sehen, die Allocation Breakdowns. Ich glaube, das ist noch eine wichtige Zahl. Das Team lockt 1 bis 3. Was das genau bedeutet, ist mir noch unklar. Ich habe das noch angeschaut, aber ich habe nicht genau gesehen. Also entweder gibt es hier ein Vesting, nennt man das. Also eine Zeitperiode, bei welchem die Gründer oder das Team in diesem Fall die Gelder nicht abziehen können. Das Gleiche gilt auch für die Berater. So wie auch Community und Seed. Das Team kriegt, ich sage mal, an der oberen Grenze. Ich würde hier lieber maximal 15% sehen, anstatt dass man dem Team 20% gibt. Partnerschaften und Ökosystem 30%. Das ist gut. Der Mining Pool 34% und die Liquidity Reserve 8%. Hier hätte ich mir auch ein bisschen höhere Zahlen gewünscht. Das heisst, hier diese 5% hätte ich weggenommen und hier ein bisschen aufgeteilt. Community und Seed relativ tief. Und das Lustige ist, es zeigt sich ein bisschen, Leute. Denn wenn wir hier auf das DEX-TVL-Ranking gehen, dann sehen wir hier in der Solana-Kategorie ist Radium nur in Anführungsstrichen auf Platz 10. Im Vergleich dazu haben wir Sabre. Ist vor ein paar Wochen mehr oder weniger aufgetaucht und hat Radium auch ein bisschen Rang abgelaufen, kann man fast schon sagen. Denn das TVL auf Sabre ist jetzt bereits bei 3,7 Milliarden, während Radium nur in Anführungsstrichen diese 1,6 Milliarden hat. Das heisst, hier hätte es sich unter Umständen noch gelohnt, ein bisschen mehr in die Community bzw. in diesen Schritt zu investieren. Wobei man, wie gesagt, man muss auch sagen, dieser Seed-Teil ist sehr wahrscheinlich auch quasi, um diesen I.O. zu finanzieren oder so etwas wie den Accelerator, aber auf anderen Plattformen zu organisieren etc. Das heisst, für die Tokenomics gibt es ein bisschen Abzug. Ich würde hier eine 7,5 geben. Ansonsten ist nämlich gut, eben für das Team, das ist eigentlich so ein bisschen das Haupthorn im Auge, das ich auf den ersten Blick sehe. Bei den Partnerschaften haben wir, wie gesagt, also wir haben rein theoretisch Solano und Serum als Partnerschaft. Wen sonst? Das ist so ein bisschen die Frage. Natürlich haben wir eine gewisse Dynamik im Radium-Ökosystem. Das heisst, wenn ich hier auf die Farms gehe, sehen wir hier auch relativ schnell, wenn ich hier zum Beispiel nach APR sortiere, ich glaube, das kann ich hier gar nicht machen, sondern wenn ich hier zum Beispiel in die Fusion gehe und dann schaue ich mir hier an, wer würde mir am meisten APR geben. Das heisst, selbst hier bei alle kann ich kurz durchgehen, schaue, wer die höchsten APR gibt. Hier gibt es den Bob, beziehungsweise eben Solrise gibt es hier noch und Polis sowie auch Atlas-Token, die mir relativ viel APR geben. Das heisst, ich gehe nicht davon aus, dass sie eine direkte Partnerschaft mit Polis oder Atlas haben, aber rein theoretisch, wenn sie diesen Accelerator machen, heisst das zumindest, dass die Plattform wie als Launchpad dient und dadurch, ich sage mal, eine minime Partnerschaft existiert. Das heisst, man sagt halt, ja, wir sehen, ihr kriegt ein gewisses Volumen, wir vertrauen euch, dass wir diese Tokens bei euch auch effektiv wegbekommen und deshalb, sage ich mal, setzen sie hier auf diesen Accelerator. Alles in allem, würde ich sagen, bei den Partnerschaften könnte ein bisschen höher sein, aber mit Solana, Serum und wie gesagt, allen Tokens aus dem Solana-Ökosystem ist man da relativ gut bedient. Ich würde mal hier auch eine 7,5 vergeben. Einfachheit und Verfügbarkeit, wir können hier auf den Markt schauen und können hier auch sehen, Binance, FTX, Gate.io und dann hört es eigentlich auch schon auf, beziehungsweise man muss dann relativ schnell über die Serum-Decks, wobei man hier dann bereits im Solana-Ökosystem ist. Das heisst, es gibt hier kein Fiat On-Ramp. Den Fiat On-Ramp muss man via diese drei zentralisierten Börsen machen. Ansonsten, es ist ein Solana-Token, das heisst, ihr könnt es auf jedem Solana-Wallet brauchen. Ich persönlich brauche Phantom-Wallet, finde das auch sehr, sehr praktisch und kann das durchaus empfehlen. Auch hier würde ich jetzt mal eine 7,5 geben, hätte mir hier ein bisschen mehr in der Verfügbarkeit gewünscht, aber ansonsten bezüglich Einfachheit kein Problem, 7,5, alles okay. Bringt uns auf ein Gesamtrating von einer 7,83. Einfach hier eine kleine Warnung, das Rating ist natürlich ein sehr subjektives Rating von mir. Ich versuche es so objektiv wie möglich zu urteilen, muss aber auch sagen, es gibt Situationen, bei welchem das Rating sehr hoch war, aber der Token nicht performt hat und umgekehrt. Das heisst, Rating eher tief, aber Token sehr gut performt. Das heisst, je nachdem, wie ihr diese Kategorien gewichtet, in euren Augen, könnt ihr natürlich auch das Rating entsprechend anpassen. Ich stelle das Rating in der Mitgliedschaft zur Verfügung, für die Leute, die sich dieses Rating kopieren möchten und lokal ein bisschen anpassen möchten. Wir kommen zu den sechs Fragen, nämlich welches Problem wird gelöst. Kurz gefasst kann man einfach sagen, Liquidität auf Solana. Es ist eine DEX slash AMM auf Solana. Und dann, wie gross ist der Markt, beziehungsweise wir können hier noch kurz bei der Formatierung aufpassen, sodass man es auch besser sieht. Wie gross ist der Markt? Das ist natürlich immer so eine Sache, oder? Ich bin jetzt auf DeFi-Lama, schaue mir hier an, die dezentralisierten Börsen oder die AMMs vergleichsweise. PancakeSwap da ganz gross mit 5,6 Milliarden, SushiSwap 5,3, Uniswap 4,7. Also alles in allem, ja, Curve können wir hier auch noch dazu zählen, also alles in allem sind wir hier sicher bei etwa 30 bis 40 Milliarden locker Stand heute, ja. Also etwa 30 Milliarden US-Dollar. Wer oder was ist die Konkurrenz? Auch das habe ich euch vorhin gezeigt, nämlich Sabre ist jetzt bereits die Konkurrenz, die, ich sage mal, ein bisschen Marktanteile wegnimmt. Das heisst, wenn ich hier auf Launch App gehe, sehe ich hier sehr, sehr ähnliches Design. Ich sehe die unterschiedlichen Pools. Und das Coole an Sabre ist halt auch, dass man unterschiedliche Tokens hier depositen kann, zum Beispiel auch MSOL und SOL. Das heisst, wir haben hier auch entsprechend zum Beispiel Luna und Ren Luna. Das heisst, das gleiche Token, das durch die Brücke gegangen ist quasi, also das Luna-Token, das durch die Brücke gekommen ist, gerappt wurde etc., kann man hier depositen. Das heisst, wenn ich hier auf Deposit gehe, kriege ich hier auch entsprechend die Möglichkeit, hier das Ganze zu farmen. Das heisst, bei Solana hätte ich jetzt hier 5%. Ich glaube, bei Luna ist es ein bisschen höher mit 17%, bei BTC sogar 17%. Das heisst, wer seine BTC durch den Wrapper geschickt hat, auch hier wieder der Hinweis für den DeFi-Kurs, falls ihr das noch nicht gesehen habt, da erkläre ich euch, wie ihr eure Bitcoin in das Solana beziehungsweise Ethereum-Ökosystem reinbekommt. Also durchaus Möglichkeiten hier, spannende Yields, spannende APIs zu generieren. Es gibt natürlich immer das Plattform-Risiko, aber wie gesagt, im Vergleich zu Radium macht da Sabre ganz, ganz gute Sachen. Daher von mir ganz klar, wer oder was ist die Konkurrenz, das ist Sabre. Was für einen Vorteil hat der Halter? Stand heute etwa, sage ich mal, 30% APR für Radium alleine. Ich glaube, es ist APR, wir können das kurz anschauen, ja, APR etwa, genau diese 29,5%, also etwa die 30% auf Ray. Ist das Projekt einfach kopierbar? Das ist so eine Sache. Also ich würde sagen, nein, aber hauptsächlich wegen der Partnerschaft. Wegen der Partnerschaft zu Solana und Alameda. Wobei siehe Sabre eventuell doch kopierbar? Fragezeichen, ja. Also das ist so ein bisschen die Frage, weil Sabre hat es doch innert wenigen Tagen geschafft, relativ viel TVL, also Volumen, also Gelder auf der Plattform, ich sage mal, von Radium wegzubekommen. Ist jetzt halt die Frage, ist es eben doch einfach kopierbar? Und das bringt mich eigentlich zum anderen, zu den Problemen und den Schwachstellen. Hier haben wir sicher Konkurrenz oder starke Konkurrenz durch neue Plattformen wie Sabre. Und das ist so eine Sache, Leute, denn, also hier können wir sicher anonyme Gründer schreiben. Das Ding ist halt, mit den Gründern ist immer die Überlegung, okay, sind anonyme Gründer wirklich problematisch? Also für mich grundsätzlich nicht, aber zumindest am Anfang ist es immer ein bisschen eine problematische Phase. Sagen wir später, ist es für mich nicht mehr problematisch. Das heisst, Stand heute, wenn ich nicht weiss, wer hinter SushiSwap oder Uniswap, in diesem Fall eher SushiSwap steht, stört es mich nicht. Ich nutze die Plattform trotzdem weiter. Bedeutet aber auch, dass am Anfang ich da eher zögerlich war, weil man eben die Leute nicht kannte. Man muss aber auch sagen, die Realität 2021 ist, die Börsenkommission weltweit, also die SEC, die FCA, die FINMA, die BaFin und so weiter, die schauen sich natürlich diese dezentralisierten Börsen und diese AMMs sehr, sehr genau an. Bedeutet, dass wenn man anonym ist, rein theoretisch ist man da auch rechtlich ein bisschen geschützt. Das sehen wir eher in der Kryptowelt als in der traditionellen Finanzwelt. Von daher ist es ein Vor- und ein Nachteil. Ich sage mal, für den externen Investor, der komplett neu in dieses Geschehen investiert und einsteigt, ist es eher ein Nachteil. Denn man kann die Person nicht sehen, man weiss nicht, was der Hintergrund ist, etc. Für jemanden, der sich bereits in der Kryptowelt auskennt, ist es eigentlich auch schon fast normal, sage ich mal, ja. Und ansonsten sehe ich nicht grosse Probleme oder Schwachstellen. Von daher, für mich als, ich sage mal, Solana-Projekt, auf das man, oder ja, Solana-basiertes Projekt, auf das man setzen könnte, ist Radium sicher eine spannende Plattform. Ich sage immer, fahrt den Ökosystemansatz. Das heisst, wenn ihr glaubt, dass Solana als Coin steigt, könnt ihr in Solana ähnliche Coins investieren und Radium ist einer davon. Das heisst, wer jetzt davon ausgeht, dass Solana von 160 auf 200 geht, kann genauso gut auch den Trade auf Radium machen, denn die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass auch Radium weiter wachsen wird. Anderes Risiko ist allerdings, was ist mit der Konkurrenz? Das heisst, werden Konkurrenten wie Sabre oder auch andere Plattformen auf Solana-basierend kommen und entsprechend Marktanteile abzwacken? Das ist die ganz grosse Frage und deshalb von mir, wie gesagt, im Rating eine 7,8 für Radium. Das war es von der heutigen Analyse. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch bzw. abonniert den Podcast oder den YouTube-Kanal. Nächste Woche gibt es natürlich wieder eine Analyse. Ich werde die Abstimmung entsprechend online setzen. Wie gesagt, nochmal, falls ihr euch im Thema DeFi nicht gut auskennt, unbedingt bluealpinerearch.com slash Kurse anschauen für den DeFi-Kurs. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann. Wir hören uns nächste Woche wieder.